Hallo YouTube, hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7 VR. Ja, wir spielen das Ganze mit VR und heute geht es weiter. Ganz lieben Dank auch nochmal für euer Feedback und für eure Daumen und für eure Comments. Dafür im Voraus. Oh nein, oh mein Gott. Oh Gott. Oh shit. Shit. Oh. Oh, muss das gleich so heftig losgehen hier. Shit, shit, shit. Wie kann ich denn blocken hier? Irgendwie blocken? Oh. Oh, ich glaube, ich bin schon tot. Oh, meine Hand ist voll... Oh, ist die alte Strange. Was ist... Sie hat sich irgendwie verhandelt. Oh, meine Hand auf. Oh, krass. Ich bin super... Ich kann sie hören. Wow. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Schatzi, wie bist du drauf? Raus. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Komm, ich bin wegen. Ich war böse. Ich verdiene das. Boah. Alter Schwede. Wie geht... Was geht hier denn ab? Ist das krank? Was zur Hölle bist du mir? Ja, das kreue ich mich auch gerade. Oh. Erste Hilfe Arznei. Auf jeden Fall. Oh. Oh, die Hand. Komischerweise geheilt jetzt. Alter Schwede. Was geht hier denn ab? Boah, shit. Shoot. Oh, nee. Oh, shit, shit. Ich kann nichts machen. Shit. Wo soll ich denn hin? Du hättest nicht kommen sollen, Eva. Jetzt musst auch du tun. Alter Schwede, was geht hier ab? Oh. Ich kriege die alte nicht weg hier. Mir fallen die knappe gleich. Oh, alter Schwede. Oh, krass. Was ist das denn? Oh. Entschuldige, dass ich so schrei. Ich muss das, glaube ich, erstmal auspegeln. Alter Schwede. Alter, was war das denn? Oh. Krass. Oh, nach so einem Angriff, ich glaube, den kann ich hier... Den... Oh, meine Bitte. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Das klingelt irgendwo. Ich kann mir den... Kann ich nichts machen. Okay. Alter Schwede. Oh, wie ist die alte jetzt tot, ey? Das ist ja... Das ist ja nicht mehr normal hier. Zu, 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 zu. Okay. Oh, bitte nicht. Nicht nochmal aufstehen jetzt. Kann ich das Telefon? Oh. Schwenzack bei Baker. Schwenzack bei Baker. Ich muss das echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh da hin. Jetzt. Oh. Oh, mein Gott. Guck mal, ich gucke mal, ob die alte da noch liegt. Oh, bitte. Shit. Aber die brauche ich. So. Jetzt habe ich, wie ist es, schon mal eine Axt. Alter Schwede, was geht hier denn ab? Geht die Tür auf? Die geht auf. Ist hier vielleicht noch wieder Neuarznei. Alter Schwede. Meine Güte. Da sind Blutspuren. Vielleicht ist sie da langgegangen. Das kann doch nicht sein, dass ich hier nichts mitnehmen kann. Nee, was ist das? Boah. Okay. Boah, meine Beine zittern. Was war das denn für einen Hardcore-Angriff von ihr? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier lang bin. Oh, was verdammt der Axt. Ich glaube hier, ne? Okay, lass es mal hier lang. Da, die Tür ist auf. Wow. Ich sollte vielleicht... Oh, der Speichert schon wieder. Oh. Da ist das Fernsehzimmer. Da ist noch Schimmel in der Schublade. Okay, ich soll hoch. Ich kann aber nicht nach oben gehen, weil... Oh, ich kann hier speichern. Oh ja, oh ja, oh ja. Da ist ein Tape. Verfallenes Haus. Das müssen wir uns ja auch noch anschauen. Und hier speichern wir erstmal. Nice. Boah. gespeicherte Daten speichern. Jawohl. Meine Güte. Meine armen Nerven. Mein armes Nervenkostüm. Ah ja, mit Kreis kann ich mich einmal komplett drehen hier. Okay. Oh, okay. Wir müssen natürlich... die Sicherung haben. Und die Sicherung ist im... mit diesem komischen Schrank drin. Der da vorne steht. Da. Da kommen wir nicht ran. Wir haben keinen Dietrich. Nee, wir haben das Tape. Nein. Aber wir haben hier jetzt Zange. Und schon kommen wir an die Sicherung dran. Zack. Anders als in der Demo. Da ist die Sicherung ja in diesem kleinen Raum. Oh, shit! Da war Mia eben. Oh, mein Gott. Das war mal so eine Angst vor seiner eigenen Frau. Oh, mein Gott. So, jetzt gehe ich mich hier mal um die Ecke. Ich habe die Sicherung. Ich gehe jetzt nach oben. Schnell nach oben. Ah nee, die Sicherung muss ich ja unten reinmachen. Ach, so Schiete. Ich muss doch da hin. Oh, mein Gott. Wir müssen hier noch einen Halter. Nee, nee, nee. Da gehe ich nicht hin. Da hinten. Drei Fotos haben wir gesehen. Die Sicherung muss ich doch da hinten reinmachen. Was mache ich denn hier? Da. So, da muss die Sicherung rein. Zack. Sicherung rein. Haben wir. Okay. Nach oben. Schnell umschauen. Da ist keiner. Da ist keiner. Okay. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Fuck. Oh, mein Gott. Oh, wie kriege ich das? Ich kriege den weg. Oh, ich kriege den nicht ab. Oh, ich kriege den nicht ab. Sehen wir mal, was du seht. Ich glaube, ich überliebe das nicht. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Oh, mein Gott. Hol doch die Axt endlich. Hol die Axt. Hol die Axt. Oh, mein Arm ist... Oh. Ich bin hier am Boden. Oh. Oh, mein Stück Arm hier. Oh, die Hand mitnehmen. Die Hand, die Hand. Kann ich die mitnehmen? Hallo, meine Hand. Nimmt er die nicht mit? Okay, ich muss meinen... Okay. Oh, mein Gott. Oh, die Alte, die hat ja mega was an der Klatsche. Oh, ich muss nach oben. Nach oben. Ich habe hier die Sicherung drin jetzt. Oh, mein Gott. Mach den... Mach den Schalter... Schalter an. Oh. Treppe. Oh. Oh. Ich brauche irgendwie Medizin oder sowas. Oh. Da, das. Oh, Medizin, Medizin. Erste Hilfe. Nun nimm's. Kann ich das so benutzen? Geht das so noch? Nee. Was ist denn noch hier? Ach da. Ausgerütztes Objekt. So, so kann ich schlagen. Oh, die... Die Wumme! Kann ich die Wumme nicht nehmen? Warum kann ich denn die Wumme nicht nehmen? Doch. Kann ich nehmen. Okay. Gut. Okay. Oh. Er hat zwei Zielen. Oh, ist das cool. Mit der VR-Zielen ist das cool. Wow, wow. Ah, doch nicht schießen. Du sollst doch... Nimm mal die Axt hier. Gucken, ob da irgendwas ist. Okay. Da ist nix. Ich müsste mich... Oder brauche ich mich noch nicht heilen? Ist ja noch kein... Roter... Okay, raus hier. Oder nee. Wir nehmen erstmal die Puste. Ist das ja richtig... Alter. Hab ich mir ins Hemd gemacht gerade. Wow. Gut, dass ich mir die frischen Pampers extra dick und durstig umgemacht hab hier. Einen Schuss hab ich leider schon vergoldet. So, wieder die Axt. Ich muss kein Schussverkäufe mehr. Ich brauch mehr... Viel mehr Munition. Viel mehr Munition. Ist hier noch irgendwas? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Keine Munition mehr. Keine Munition. Okay. Alter Schwede, ist das ein krankes Spiel hier. Da ist auch nichts drin. Schauen wir hier mal in den Rhein. Da sind auch noch Kisten. Vielleicht ist hier noch irgendwas am Rhein. Da ist noch Munition. Munition. Wow. Cool. Okay, okay. So. Wir haben alles zertrümmert. Wir nehmen jetzt die Wumme. 38 Schuss haben wir. Das ist schon mal richtig gut. Da können wir schon einen Schaden mit anrichten. Und jetzt raus hier aus der Buchse. Boah. Alter Schwede. Haben wir alles mitgenommen? Hier hinter noch irgendwas? Nee. Okay. Okay. Auf geht's. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, runter, 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 runter. Oh shit. Shit. Oh, ich muss noch nachladen. Ich muss noch. Shit, 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 shit. R1, R1. Liebe dich. Oh, ich liebe dich auch. Oh. Und ich liebe dich noch mehr, wenn du tot bist. Oh, das war geil mit den Zielen. Das war ja richtig geil. Ich glaube, ohne VR-Zielkreuz hätte ich das hier nicht so cool geschafft. Wow. Habe ich R1? Habe ich noch mehr Arznei? Nein, ich habe keine Arznei mehr. Ich glaube, sie ist jetzt erst mal weg vom Fenster. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh Gott, wann. Mr. Baker. Das war Mr. Baker. Ich bin draußen. Nee. Irgendjemand schleift mich hier gerade. Durch. Wind und Wetter. Oh mein Gott. Oh, da bin ich wieder. Scheibenwärter bin ich doch nicht gestorben. Oh. So, meine Lieben. Das sollte für das Erste reichen. Das Dinner bei dem Baker's machen wir dann das nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Ganz lieben Dank für eure Daumen und für alles. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, ihr Lieben. Haut rein und ciao. Oh, wo bin ich? Oh, bitcoin. Von dann rob Atlantina. Oh, nein. Oh, nein.